Und los! Sportmann, ganz energisch die Wehne. Lauter! Wehne im schnellen Schneckentippen von nach vorne. Welchen Ball lange. Sportmann, es klatscht. Keiner beschwert sich. Foul? Wenn sich keiner beschwert, ist kein Foul. So, das ist mal ne Ansage. Wir sind hier beim Streetboard und nicht beim Kindergartenball. Povo, Povo mit dem Ball. Ohne Ball, mit Ball. Ohne. Und das unmodierte Foul. Ja, ich warte. Weidi, was los? Ich bin nichts.